Die intelligente Knete Die intelligente Knete kann nicht austrocknen, ist geruchsneutral und hinterlässt keinerlei Rückstände oder klebrige Hände. Sie ist komplett ungiftig, sehr sicher für Kinder und wird in den USA hergestellt. Die intelligente Knete gibt es in über 40 Farben und einige von ihnen leuchten sogar im Dunkeln, sind magnetisch oder ändern ihre Farbe. Erlebe großartigen Spielspaß und fantastische Experimente mit der intelligenten Knete. Untertitelung des ZDF für funk, 2017